Ja, moin moin, herzlich willkommen. Es ist wieder Sonntag und wir wollen eine Runde Solduri-TV machen. Ja, wird wieder nicht so wunderbar spektakulär, wie alle Solduri-TV folgen, aber die Beständigkeit, Freunde, die Beständigkeit. Weiter geht's nach dem Intro. Bis gleich. Bis gleich. So, wir haben hier eine superschöne Miniatur. Ich weiß gar nicht, hier steht leider nicht bei, von wem die gemacht wurde. Vielleicht einmal von euch ab in die Kommentare. Wer weiß, von welchem unserer Mitglieder diese Miniatur kommt, ist von Ninja Allstars, dem Spiel. Sehr schön. Gefällt mir außerordentlich gut, der Klame. So, dann gehen wir mal weiter. Dann haben unsere Gaslands-Leute so einen Weihnachts-Jule-Club gemacht. Das sind so die Teilnehmer da drin. Ja, auch sehr cool. Das ist der Ferrari hier. Ganz besonders geil. Diese Comic-Attitüde. Weihnachtsmann, was ist das? Corsa oder was? Nee. Schwer zu erkennen. Vom Logo her können das auch ein Ford oder sowas sein. Wir gucken mal, was wir hier haben. Da kannst du ja gar nicht mehr erkennen, was es mal war. Das sind aber nicht mehr die Jule-Club-Autos, sondern das ist das Spiel anscheinend, das stattgefunden hat. Aber Gaslands immer wieder, immer wieder witzig, was die Jungs aus den Autos machen. Lustig, lustig. So, dann haben wir, ja, Silvestergrüße, bla bla bla, Airsoft-Stammtisch. Das kommt aber nächste Woche. Nur hier, sagen wir mal, am 14.01. ist wieder Airsoft-Stammtisch. Das, ja, ich sag mal, das posten wir aber auch nochmal in der nächsten, am nächsten Sonntag. Obwohl, warte mal, nee, gar nicht wahr? Das ist ja schon, das kommt heute. Da sprechen wir also nachher drüber. Ja, dann herzlichen Glückwunsch nochmal an Völke. Der hat bei dieser Challenge mit dem Hubschrauber, wir haben vor einigen Folgen die VIP-Bilder gezeigt, wo das Ding noch nicht fertig war, er hat tatsächlich gewonnen. Also dieser Hubschrauber von Völke ist wirklich Car of the Mon im November 2022 geworden bei Gaslands UK. Okay, herzlichen Glückwunsch nochmal von mir. Und das war's schon. So, damit haben wir Facebook schon abgeknallt. So, ja, Blogartikel haben wir, glaube ich, keine weiter diese Woche. Nee, letzte war von mir, den haben wir schon. Dann gehen wir doch direkt einmal, ja, zum Termin der kommenden Woche. So, wir haben, heute ist der achte. So, nächste Woche haben wir am Dienstag, 10. Infinity Fireteam, wie jeden Dienstag, Infinity The Game im Clubraum geht los. Dann haben wir die Südmeerrunde, das ist eine private Rollenspielrunde, die auch voll ist in Hennstedt, ne, warte mal, gar nicht wahr? Doch, ist die in Hennstedt-Ulsburg? Ich glaube, ich verwechsel das immer. Die ist in Hennstedt-Ulsburg, genau. Ich verwechsel immer die Gruppe, die bei mir hier zu Hause spielt und die in Hennstedt-Ulsburg stattfindet. So, dann haben wir am Mittwoch, es steht X-Wing auf dem Plan. Ab 18 Uhr könnt ihr da wieder die Schiffchen fliegen lassen. Am Donnerstag, den 12.01. ist wieder Infinity Fireteam angesagt. Wie jeden Donnerstag. Am 13. haben wir eine DSA-Runde, die G7-Runde. Auch voll, soweit ich weiß. So, dann, jetzt kommen wir dazu. Am 14. haben wir, ne, in eigener Sache, wieder die zweite Iteration vom Airsoft-Stammtisch. Das heißt, da treffen sich wieder alle, die an Airsoft interessiert sind oder auch einfach nur mal aus dem Verein wissen wollen, was tun wir da so in der Airsoft-Sparte. Was ist der Plan dahinter? Freie Teams oder externe Teams sind gerne gesehen. Kommt vorbei. Lasst uns eine Runde schnacken über Saubi, über Airsoft und so weiter. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere vor Ort ist. So, damit haben wir den Überblick auch schon wieder gemacht und wir wissen, was nächste Woche spielt. Da fehlt natürlich noch eine ganze Menge. Ich glaube, jede Menge Spieltermine fehlen hier noch. Es wäre schön, wenn ihr die nicht eintragen wollt oder eintragen könnt, gerne mir Bescheid sagen. Dann mache ich das für euch auf der Webseite, dass wir hier einen Überblick über die Spielgeschehnisse kriegen und nach außen auch ein bisschen repräsentieren, was tun wir denn alles so bei Soldori. So, dann eine Sache noch zur Webseite. Es sind immer noch viele, 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 die nicht auf der Webseite registriert sind. Und wenn ihr da Probleme haben solltet, dass das irgendwie nicht klappt, also hier im Mitgliederbereich, ihr könnt, wenn ihr euer Passwort nicht mehr wisst, einfach Passwort vergessen machen. Hier könnt ihr euer Passwort also euch neu zuschicken lassen. Alternativ, wenn das nicht klappen sollte oder ihr das irgendwie zu doof findet, wendet euch gerne im Discord an mich, fett so, dann kann ich euch ein temporäres Passwort zuteilen. Mit dem ihr euch dann einloggen könnt. Also viele, viele haben das noch nicht gemacht. Dann haben wir Folgendes noch gemacht. Wir haben einmal das Impresso ein bisschen überarbeitet und wir haben hier unten den Mitgliedsantrag auf die Webseite gepackt. Das heißt, wenn ihr jemanden habt, den ihr zum Mitglied machen wollt oder den ihr, ich sag mal, den ihr das schicken wollt, ihr habt die Möglichkeit, hier unten den Mitgliedsantrag auf der Webseite zu finden. Das ist ein ausfüllbares PDF. Da könnt ihr also einfach, natürlich, wenn man richtig schreibt, Solduri TV, hier könnt ihr die ganze Geschichte ausfüllen, könnt das als PDF dann einfach an den Verein geben oder ihr druckt das schnell aus und gebt das im Verein ab. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie das hier kommen soll. Aber damit könnt ihr einen 2-Monats-Mitgliedsantrag ausfüllen. Ihr seid dann Probe-Mitglied und für 2 Monate frei könnt ihr quasi den Verein erstmal ganz gechillt testen, um dann für euch zu entscheiden, ist das was für euch oder ist das nichts. Es gibt also keinen Grund nicht, oder es gibt keinen Grund, bekannte Freunde nicht mitzubringen. Lasst die einen Mitgliedsantrag ausfüllen. Ihr könnt dann 2 Monate mit denen erstmal ganz gespannt spielen im Clubraum und dann die meisten bleiben dann ja doch. So könnt ihr ja im Prinzip eure Geist, die ihr so, eure Leute, die ihr so um euch habt, vielleicht für den Club begeistern. So. Bei Fragen einfach an den Vorstand wenden oder wenn ihr hier irgendwas nicht funktioniert von der Webseite, wendet euch einfach an mich. So. Ja. Das war's. Kurz und knapp schon wieder diese Woche von Solduri TV. Wenn ihr Themen habt, die ihr präsentieren möchtet nach außen oder wo ihr sagt, Mensch, ich suche immer noch Leute, die mit mir mein Spiel spielen, nehmt ruhig eine kurze Nachricht auf irgendwie oder schreibt einen kurzen Text oder am besten schreibt einen kleinen Blogartikel oder sowas. Oder schreibt mir das direkt. Ich kann das dann direkt hier einbauen und nehmt das gerne für euch mit in die Sendung auf. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Rest Sonntag. Wir sehen uns kommende Woche. Schaut gerne Samstag beim Airsoft Stammtisch bei mir direkt vorbei. Und ansonsten sehen wir uns übernächste Woche wieder beim Mittwochsmalen oder eben Sonntag nächste Woche am 15. bei der nächsten Folge Solduri TV. In diesem Sinne, vielen Dank und tschüss, tschüss. und tschüss. Bis zum nächsten Mal.